Was ist das? Wer ist in der Kiste? Ja, drei, sechs. Auch sechs? Das Geheimnis meiner schwachen Füße. Starker Schuss, oder? Ich guck dort. Was ist das? Alle hinter der Linie jetzt, guck mal. Zehntausend sind das. Der Ball ist in der Kiste. Nee, dieser ist nicht. Und dieser ist nicht. Nur eins. Sorry. Wahr hat gesagt, Bruder. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der Ball hat sich hier versteckt. Und eine Kamera ist kaputt. Mein Freund. Immer auf die unterste Box. Dann musst du einfach noch drüber. Und dann hast du schon mal drei, vier. Au! Drei. Ja, ja, sind drei. Der hat ja jetzt schon sechs. Aha. Radetzky, wie schießen wir denn vier? Ein Ball haben wir für vier gebraucht. Was haben sie denn gemacht? Drei, vier, sechs. Ja, drei, sechs. Auch sechs. Was sagt die Torlehnen-Technik? Der ist drin. Ja, definitiv. Eins. Ja, der ist nach vorne gekommen. Weißt du, das ist wie an der Konsole. Wie in FIFA. Boah, der auch gut. Auch sechs. Sechs. Da wird sich der Platz heute aber freuen. Oben, Mitte, gell? Ah, ah, ah. Oh ja. Nee, schließ einfach. Theorie war super. Ein dreifach Unentschieden. Ein dreifach Unentschieden. Ja, mein Ziel war. Ah. Ich glaube, die Gruppe war im Allgemeinen stärker als alle anderen, die schon da waren und die noch kommen werden. Fühlt sich gut an. Hallo? Ja, du. Wo geht's? Der Bundesliga auf YouTube. Subscribe now. Football as it's meant to be.